so leute das nächste booster magic origins auch schon super ewig her für mich kam es dann raus 2015 also fünf jahre das fühlt sich schon länger an gucken wir mal an was dieses booster zu bieten hat erstmal haben wir sparks will fly funken werden fliegen jace belehren magic origins eine erklärung von jace cool read the bones gute karte drei mana scry 2 und danach zieht man zwei karten und verliert zwei leben below lizard einmal 1 1 1 für zwei mana kriegt er plus 1 plus 0 weight of the underworld vier mana eine kreatur kriegt minus 3 minus 2 so eine schöne karte lanova empath vier mana 2 2 wenn er in spielfeld kommt scribe man zwei deckt dann die oberste karte seines decks auf wenn es eine kreatur ist nimmt man die auf die hand okay act of treason drei mana man übernimmt die kontrolle über eine kreatur sie kriegt eilons wird enttappt bis man es zu hohes fettet im 2-1-2 fliegen und er kriegt deftouch für ein schwarzes stalwart even 3-1-3 fliegen mit reown wenn er mit nach kampfstand zu gewicht hat kommt danach nimmt sonst eins mal drauf eben battle priest machte schreiße 6 mana 333 fliegen und wenn es für konkret man drei leben mich lange nicht mehr so dass bayersten sind artűfisher m pかった okay pp 3-männer instant man sieht zwei karten wenn man keine faktor kontrolliert muss meine karte abwerfen veteran sidearm zwei manner ausrüstung kriegt das 1 plus 1 und die all für einmal ausrüsten ok goblin glory chaser 1 1 1 mit reown und solange der reown ist habt er menace thunder club wie waren vier manner 23 andere fliegende kreaturen die du kontrollierst kriegen plus 1 bis 1 flash fliegt das ist eine gute karte so rum messenger vier manner 22 trampel wenn er ins spielfeld kommt guckt man die obersten vier karten seines decks an man zeigt alle elfen karten davon vornimmt die auf die hand und den rest legt man runter in beliebiger reihenfolge und unsere ist ein battlefield forge nicht schlecht nicht schlecht da haben wir ein farbloses oder dafür ein rotes oder weißes dann kriegt man ein damage hier ist ein schlecht laufen können dementsprechend wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin aber wie ihr seht ciao ciao